Alles Gute, schön, gut trainiert hier die Jungs, ja klar, alles dabei, bis auf unser Eger Schawagermann, alle dabei, alles gut, klasse, logisch, ja und der Torwart, unsere Torleute, alles gut, so ist er, danke. Danke schön, alles klar, für dich auch, gutes 25, wer hat die Sonne mitgebracht, das warst du, ja so ist das, alles Gute in Paris, Merlin, alles gut, was denkst du denn, und dann in Dresden ohne Zuschauer, das geht doch, das freust du doch. So ist das, da muss man gucken, die Jungs sind alle schön freundlich, Tim Walter auch, alles klar, da müssen wir gegen Dresden aufziehen, das ist wichtig. So, ich muss schon sagen, abschließend, ich kann ja nicht viel mehr gucken da hinten, da haben sich alle das abgespäht, das ist natürlich nicht schön, dass ich die Leute nicht mehr so in Beaktion sehen kann, aber wie gesagt, Moin, alles gut, ja logisch, was ich sagen wollte, das sah alles gut aus, sind optimistisch, und wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir in Dresden was machen, sonst ist das natürlich nicht so gut, alles klar, ich wünsche euch was, schönen Abend noch, tschüssi, bis morgen, tschüss. 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 Tschüss.